Hallo, ich bin Xiaoday. Ich komme vom Planeten der Träume. Ich habe es satt, dass es auf der Erde so viele Sprachen gibt. Das macht die Kommunikation echt schwierig. Noch unerträglicher finde ich die Konflikte und sogar Kriege, die durch kulturelle Differenzen entstehen. Anscheinend ist diese Welt nicht besonders nett zu mir. Aber ich glaube noch immer an meine Vision, euch beschäftigten Erdlingen bei der Suche nach den Wurzeln der Kultur zu helfen. Und dann fand ich diesen idealen Ort. Das erste goldene Baum internationales Dokumentarfilmfestival 2016. Hier gibt es Foren, wo ich gegenüber Experten alles aussprechen kann, was ich zu sagen habe. Alle Werke, die an der Ausstellung teilnehmen, haben die Chance gehandelt zu werden. Vielleicht klingelt bei mir morgen schon die Kasse. Es nehmen so viele Fernsehsender teil, dass sich mit Sicherheit Gespräche über eine Zusammenarbeit ergeben. Das ist die Gelegenheit. Für Nachwuchsregisseure wie mich wird es schwierig werden, weiterhin nicht aufzufallen. Denn das Festival bietet spezielle Veranstaltungen für unsere bisher unveröffentlichten Filme. Wow! 40 Filme werden es ins Finale schaffen. Wenn du das schon toll findest, was sagst du dann erst dazu, dass es im Wettbewerb 5 Preise zu gewinnen gibt? Fehlen dir nach Abschluss der Dreharbeiten die Mittel für die Postproduktion? Kein Grund zur Sorge. Zum Festival gehört auch ein Fonds. Solltest du mit der fairen Abstimmung hier ausgehen, versuch es einfach nächstes Jahr wieder. Es ist ein interkulturelles Fest. Eine Bühne für die Dokumentarfilme der Welt. Ich bin dabei. Was ist mit euch?